auf die schnelle ein kurzes handy video wir haben mitte februar diese bienen waren letztes jahr noch ein ableger dieses jahr sind sie und werden als wirtschaftsvolk geführt sie sitzen auf sieben waben damals hat es nicht ganz gereicht zum auffüllen aber jetzt im winter ja ein paar völker verlieren kann wird es jetzt aufgefüllt mit futterrahmen das ist ein kleines schönes volk war ein ableger wie gesagt ist jetzt ein wirtschaftsvolk kriegt jetzt die volle belegung an waben mit futter das ist im frühjahr schön brüten kann genug futter hat sich da keine sorgen machen muss und eventuell kann dieses volk schon früh tracht ernten warten wir es mal ab ich mache mal schnell zu asche zu asche staub zu staub tote winterbienen so kann das aussehen